Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DanielP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zesterea. In der letzten Folge haben wir uns von Rose getrennt, weil sie die verstreuten Knochen helfen musste, weil Lunar da irgendwie Mist gebaut hat. Absichtlich natürlich. Und dann hatten wir, glaube ich, die Wahl zwischen verschiedenen Sachen. Ich weiß nicht, ob die noch alle nachträglich irgendwie gemacht werden können. Ich hoffe ja mal, dass ich mich für ewig hier irgendwie auch verbaut habe oder so. Aber egal, wir haben natürlich erst mal ausgewählt, Alicia zu treffen und sie ist jetzt wieder Mitglied in unserer Truppe. Auch wenn sie so ein paar Fangspunkte hinterher hängt. So, erst mal, erst mal, was, es gibt vielleicht, ja. Ich glaube, dieses Gid hätten wir schon viel früher haben können. Also, das ist das, was wir haben, das, was wir haben, das, was wir haben, das? Ich glaube, das Skits hätten wir schon viel, viel, viel früher hätten anschauen können. Okay, machen wir mal hier. Okay. Es geht auch gerichtsspezifische Skits, so wie es scheint. Das kann ich für jedes Gericht hier nachgucken. So, wir sind zurück zum Lager von Highland. Natürlich nicht. Alisha, zeig mal, was bist du? Mehr Angriff oder Art? Okay. Gut, dann gehen wir zu Fuß. Ich habe erwähnt, schreiten. Hat sie überhaupt schon gefragt, was mit Dings los ist, was mit Diesel los ist. Oder hat das aber auch in ihren Offscreen-Gespräch, sag ich mal, zusammengefasst. Da müssen wir jetzt hier rechts. Aber sie scheint uns ja nicht zu glauben, so wie es aussieht. Bis jetzt noch nicht. Dann wird es sich leider ändern. Wenn irgendwie so eine Person kommt und so sagt, ich will mich selber davon überzeugen, dann bedeutet es meistens, es wird nicht gut ausgehen. Und auch wenn sie es selber sieht, wird sie es nicht glauben, wahrscheinlich. Irgendwie so was in der Art. Ah, lassen wir uns überraschen. Wir fahren die Shop, bleib mich hier so temporär irgendwie neu in unserer Truppe. Und weil ich nachdem wir weitergekommen sind, ein paar Minuten, geht sie wieder weg. Sie kann von sich wieder anders. Ja, okay. Da kann ich, glaube ich, keine Angefahr ausprobieren. Also, nein. Geil. Charakter of the Game, Laila. Aber Laila wird auf jeden Fall nicht mein Lieblingscharakter in dem Spiel, kann ich schon mal sagen. Allein wegen dat. Nur wegen dat. Er soll zwar nur da sein, und weiß ich nicht. Da haben sie witziger darzustellen oder so. Aber mir gefällt das einfach nicht. Aber naja. Da ist diese eine Ruine, die kann man wahrscheinlich immer noch nicht ansprechen, ne? So ansprechen schon, aber... Was auch immer ich da machen muss. Machen. Aber sehen wir ja. Ja. Eine Abkürzung geschaffen. wo ich dann hin ach ich muss da unten er hat mich ich wollte wir jetzt von da hier oder ich verwirrt wenn ich darüber gegangen bin dann habe ich dazu der brücke oder jetzt ganz grob er war da lang aber noch nie ein steiner vor oder falkenwinderring da ist doch da wurde aber wenn ich jetzt ganz blöd war nicht immer da hinter den deswegen ist auch dieser mobilität noch nicht schnell ist wahrscheinlich auch da wer darfst du keine karte in der hand drücken wir doch schon aber jetzt damit war ich durfte nicht so eine person sein die eine reisegruppe oder so anführt gut hier sind aber richtig wenn wir hier recht sind flaschen also ich habe die falschen vorbereitet habe ich verstanden gott sei aber immer noch nicht wo der mobilität ist ich bleib so in unserem team auf ewig ich habe nämlich nicht dass er der fall sein wird weil ihr sieht nicht so aus das könnte obwohl ihr unten könnte platz noch seine unter alicia könnte noch eine person passen kann man so hoch wo ich kann ja bis jetzt auch noch nicht aber hier sehr wechseln okay wenn man ja sehen wie das ausgeht alle gut ist aber auch irgendwann schlecht das finde ich nur die seraphen wechseln kann sonst irgendwie an so eine truppe gebunden ist habe ich die vielfalt von einigen tats auf spielen doch ein bisschen wie war und wie man ja auch heute man wo kommen die mein herr ich habe mir angefangen ja und und so kommt hier also okay aber jetzt nicht zu beitungen natürlich gemacht bei musik an das war schon böse ja doch kizuta k私 noch so was was ich 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 bist du 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 ich wollte schon sagen wenn sie zum camp geht es hat ganz schön mies natürlich erst mal speichern ja schon sie gehen jetzt hier zu ihrem camp online die prinzessin greift mich an ihr wisst schon die prinzessin gegen die euch sowieso alle schon städt und die sowieso keiner glaubt kalte luxusgüter ich habe mich an Ich habe die Möglichkeit, die ich in den Kuchen habe. Aber wie kann man die Kuchen nicht mehr nutzen? Ich denke, dass ich nicht mehr als Wasser zu machen kann. Ich denke, dass ich so. Das ist schwierig, das zu mir, zu sagen. Wenn ich mich mit der Kuchen habe, dann muss ich den Kuchen werden. Ich denke, dass ich die Kuchen habe. Wenn ich die Kuchen habe, dann wird er auch die Kuchen. dass man gar nichts anderes hat warum denn nicht scheiße groß auch mit ihrem messern hier aber trotzdem die ist ja auch nicht so für ihre kochkunst bekannt wo sie kochen wahrscheinlich auch schon verlobt hat ganz wissen wird bei ihr aussieht na gut dann erst mal schauen wieder mal so als böse ich die gruppe mal dran luna simon helder ich habe irgendetwas gefühl wird sich auch noch gegen und stellen und weil nicht sterne näher von der karte er will so positioniert datiert außer wer sterne oder was war viel davon sind irgendwie voll eigenständig habe ich das gefühl können wir sagen heute aber luna ist wahrscheinlich auch irgendwie von hell life und kollege sowas von 14 und sergi irgendwas wird noch passieren dass wir noch mal gegen sergi kämpfen wird sind irgendwas desto sehr der welt sage ich mal dem muss er noch irgendwann auf sich haben gegen den müssen wir irgendwann kämpfen weil sie nicht also ja mal fünf gegner bis jetzt mal das ist auch ein speichermund na gut dann ein bisschen offensichtlich wird jetzt kurz nichts kommt wohl die kardinale über ausrunde hat an der szene ich habe gar nichts mehr für verteidigung nahe noch an der froh jetzt wird sich wahrscheinlich das schwert raus ja Da hat sich eine Lanze, da ist eine Lanze. Das ist eine Lanze. Das ist das Wog. Ich habe mich überrascht, und ich habe einen Punkt für mich zu schreien. Aber ich habe eine Chance, wie die Alisha. Ja, ich glaube, wie das Slay. Ich glaube, es ist nur ein Slay. Ich würde mich nicht auf das Mal nach meiner융 Szene gefallen haben. Ich würde mich nicht übernehmen, was ich nicht für mich zu verletzen. Oder mit Schwerten. Ah, komm mal her. Ja. 79? 38? Was? Ja, nur Level und gar nix. Für sie mal dran war mein Vorbild. Ich wollte immer so werden wie sie. Wie konnte es noch passieren? Ich denke, du weißt besser als andere von uns, wie viel Vorsicht jetzt geboten ist. Wir können sich nur mit deiner Hilfe bezwingen. Oh ja, äh, 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 Miklo könnte rausgehen, aber das war jetzt erstmal. Okay, sie hat noch mehrere Formen oder was? Ich hab jetzt gar nicht nachgeguckt. Wann sie überhaupt noch Sachen lernen? Das ist die gleichen Attacken wie ich. Oh, Leila, wat? Was? 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 Oh, Leila, was? Es ist jetzt noch einmal viel aus, hab ich gefühlt. ich bin ja so verflügeln und mal etwa und herkommen glück trägt alisha keinen rock weil dann könnte man hier voll unterm rock gucken ich werde aber voll viel aus habe ich weil sie gar nicht so viel verteidigung und weil ich auch mal hier gucken was er doch ganz viele was machst du da läuft die ganze zeit nur so zurück kannst du mal auf mich losgehen treibst du mich überhaupt an ich glaube nicht ne bin ich ein bisschen respektlos sie geht ja auf jeden los noch nicht auf mich aber schon sagen er kann ich amatisieren wie wenig mit ihr abziehen ich habe langsam angefangen kannst du mal auf mich losgehen vor allem ich habe schon mal ein gericht das hier anruft habe ich noch so wenig schaden das war einfach nicht machen wir mal den ja was soll ich entgehen sie geht nicht auf mich los das war einfach nicht das war einfach nicht das ist ja gleich an jetzt geht es auf mich los so kannst du mich doch mal das ist warum sie so wenig so viel aushält ja schon gegner besiegt die hunderttausende von ap haben genau das stelle okay sie ist aber die wasser immun gewesen und jetzt haben wir ein winzerhafen ich habe es genau gehört nein 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 kannst du fragen so jetzt doch der form danach hatte ja habe ich Probleme oh er läuft jetzt aber gut oh ne wir verlieren ja noch ernsthaft der kampf dauert hier ewig und jetzt nicht verarschen wer sich verarschen warum dauerten der kampf so lange gehen ich meinen kopf frei warum dauerten der kampf so lange ja oh mein gott geht irgendwie nicht in meinen kopf steht hier irgendwie nicht ich weiß ja du sagst ja eigentlich du sagst ja du sagst ja du sagst ja Sehr gut. Eine Gute. Ich hab nicht gesagt, du sollst wieder auseinander gehen. Einfach nur eine blöde Mystic-Arts, die auch platziert war. Der Kampf zu lange dauert. Alter, darf ich auch mal. Alter! Komm doch nicht. Oh mein Gott. Meine Güte, was ist denn hier los auf einmal? Ja. So, herkommen. Das kann ich auch. Habe ich mal jemanden, bitte? Was soll das sein, ey? Kannst du übrigens auch mal deine Mystic-Arts einsetzen, Samuels? Ne? Ey, mach mal nicht wechseln, ey. Dann gehen die aus einer Verbindung raus. Was? Boah, zur Welt, ne? Jetzt geh mal deine Mystic-Arts ein, ey. Das gibt's doch einfach nicht. Boah, Sack. Jetzt ist sie auch noch weg. Boah, das gibt's doch einfach nicht. Boah! Wo ist das? Ich bin auf dem Weg in den Weg in den Weg. So, auf dem Weg in den Weg in den Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg in den Weg. Oh, das ist ein guter Neville. Das ist das Nerf. Das ist das Nerf, der Komm... Boah, jetzt stehe ich genau davor. Leck mich ab. Ich habe auch diesen Vorstellungsangeboten. Oh, this is the Emerald von Cesario, habe ich ja gefühlt. Oh mein Gott, ehrlich. Leider, die wird bestimmt überleben. Das ist ja nicht so, das ist ja krass so schwer. Wir haben Gegner mit 100.000 AP weg, aber sie macht uns die Probleme. 13.000 AP hat sie noch, mein Güte. Ja, hält sich die Wut fest. Das waren ein paar gute Treffer. Das war sehr gut. Das war nicht gedruckt, aber okay. Wüste Katze in dieser, in diesem Spiel, ne? In voll von Müll. Nein, 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 nein. Ich wusste, ich habe zum Beispiel gemacht. Aber werde nur ich getroffen, oder? Oh, Leiner. Alter, ich bin gerade erst wieder aufgestandet. Ich bin gerade am Leben. Oh. Oh, komm schon. Ich ging mal noch. Leider am Leben. Ah. Oh, komm mal her. dafür kann ich jetzt darüber so und steuere ich jetzt 4.100 p kommt schon vom weiten anreifen wer uns jetzt tötet jetzt mich verarschen langsam meine bitte jetzt mach die fertig meine gute ey 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 boah das gibt's doch nicht was ist da für ein kampf hier gerade boah leider echt ich dachte dann kommt gleich nochmal wiederholen auf die gefühle alter die hatte noch 1600 hp die einfach weg nein ich wollte nicht den charakter jetzt komme ich hier voll durcheinander nein nein jetzt war ich doch mal endlich oh mein Gott das ist jetzt nicht wahr ne meine gute jetzt war halt doch mal na toll etta ist tot naja super aber ich kann mich so an ich kann ja mal wiederholen jetzt noch eine frau kommt ne speichern kontrolle kleine ecke dann kommt so weit von dachtenkampf hier wo hier hier Das war's für mich. Ich bin mit dem Barsch und modelling ein Geheimnis. Ich glaube, es ist ein Geheimnis. Ich bin nicht mit dem Geheimnis. Oh, ich bin nicht mit dem Geheimnis. Ich bin nicht mit dem Geheimnis. ja gut ich sage ich mache den kampf noch mal ausgehen weil ich will hat jeder ja ja ich weiß und wir sehen uns dann in der nächsten fall von let's play ich bleibe mich einheitlich für zuschauer und sage tschüss bis zur nächsten folge